und herzlich willkommen dass wir wieder bei terminator resistance und wir suchen ja wieder die die erst immer die soldaten die vermissten und ein funktionierendes funktionierendes funk gerät für ryan das müsste geradeaus durch sein oder ist das da ist was blaues nämlich den müsste ich doch eigentlich hacken können nur nicht so und nicht so was für der hat mich gesehen der läuft noch da lang ich wollte jetzt eigentlich nur guck mal weg ich habe kein punkt mehr er guckt sich hier und ist gut was ist das denn da wir müssen auf jeden fall in diese richtung ich habe ich wahrscheinlich schon alles geholt er wird ein bisschen problematisch da müsste ich so nach links und rechts legen können es kommt ist hier ein radio jetzt ich 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 so Keiner da. Ja, denkst du, glaube ich, mir auch mal. Oh, da ist, äh... Oh, hoffentlich sieht er mich nicht. Ja, wie mache ich das am besten? Ich habe keine, äh... Doch, ein Messer habe ich noch. Kann ich noch ein zweites... Ach, ich kann ja nicht herstellen in der Tasche. Da ist die andere. Ah, da ist da. Ah, da ist die andere. Dann haben wir schon mal. Niedrig schwer. Ich bin ja mal so frei und gucke mir einfach mal das hier an. Ja, wie komme ich an denen jetzt vorbei? Weil der guckt nicht in meine Richtung, nur wenn er auch hier wird es zurückgeht, ne? Aber ich glaube, ich muss den umlegen hier. Ja. Ja. Jetzt glaube ich nach rechts. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rum. Ne. Ne. Ja, gut. Das haben wir. Aber wir müssen noch weiter. Ist das hier nach das Signal oben? Ja. Dann müssen wir in diese Richtung weiter. Das ist blöd, weil hier ist der hier nämlich. Vielleicht. Vielleicht können wir hier so an dem vorbei. Wenn er bis dahin läuft. Dann bis hier hin und dann läuft er eh hier rum. Dann bis hier hin. Dann bis hier hin. Das war's. verdammt oder weiß nicht zu weit weg gut das ist da wo ich hier den das radio geholt habe war ich das lieber wenn der hier rum kommt weil dann der so hoch da bin ich ja wenigstens lautlos wieder schon bei 83 prozent das heißt der geht es gleich hier links rum dann gehe ich hier rechts an einem lkw vorbei die pipsen die pipsen was wir sind wahrscheinlich schon sehr nah dran oh oh shit muss ich an dem vorbei das ist nur die frage wie da eventuell hin aber war war Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ach gut, der sieht mich nicht. Puh. Bitte geh weg. Hätte der Seil klappen können. So, flieg weg. Sehr schön. Ich muss hier irgendwie raus. Ne, hier komme ich auch nicht weg. Ich muss da rum. Wann ich auch da hoch, eventuell? Ich habe keine Ahnung, wohin. Von hinter mir da rum müsste ich... Könnte eventuell auch von hier aus da rum... Müsste ich aber wieder zurücklatschen, ne? Ah, nee, nee, nee. Oh! Ja gut, äh, da weiß ich wenigstens, dass ich von da nicht weiterkomme. Mann, ey. Nein, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach so, der guckt auch mal nach rechts hin, okay? Was steht, hast du? Kurzzeitig. Das Signal ist stärker. Es sollte irgendwo an hier sein. Das ist nicht gut. Oh. Das habe ich gesehen. Ah, hier. Wir haben den Treffpunkt erreicht, hatten jedoch keinen Kontakt zu Commander Barron. Warum schickt sie uns hierher? Dieser Tag wird immer seltsamer. Ohne Funkkommunikation wird dieser Ort ganz einsam. Gottverdammt, Goma. Wie lange musst du denn noch pissen? Zeit, einen Peil denn da zu suchen. Also ich muss weiter hier lang, so wie es aussieht. Ich glaube, wie gut ich nicht losgelaufen bin. Der zweite Soldat scheint auch hier irgendwo zu sein. Ich glaube, mit mir wird er superanget wird. Ich weiß nicht, dass ich Actually hier halt nur ein paar Minuten zurückkelen will. Aber Państwa war da, wo ich euch ja bitte eher nicht liedte. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier lag noch was gerade eben, hat mich wohl verguckt. Gehen wir hier hoch, vielleicht ist hier oben was. Scheint hier aber nicht zu sein, dann heißt es, ich muss doch hier rum. Die ist mir vorbei, ich hätte gerne noch Messer. Gehen wir hier hoch. Oh, der kommt doch bestimmt hier rum. Oh. 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 Oh, Mama. Was ist das denn da? Okay, der hat aufgehört, nach mir zu suchen. Hoffe ich doch. Gut, äh, ich hab mir gedacht da mal rein zu gehen, aber das hier war ja jetzt ja eigentlich mal Glück. Die mussten, glaube ich, da in die Richtung. Jetzt auch nicht, ich hätte hier einfach durchgehen können. Ey, hier kommen wir oben lang, das gibt's ja wohl nicht, ne? Oh. Na gut, hier können wir nicht weiter. Das heißt, ich muss mich irgendwie an die vorbeischleichen. Ich habe natürlich auch kein Radio-Dingsbär. Oder? Guck mal, warte mal hier. Ich habe hier noch ein Radio, aber, ne. Achso, okay, die kann ich damit anbringen. Huh. Das war jetzt ja einfach. Möchte ich den nicht da anbringen? Nein. Nein. So, das mache ich nämlich nur damit der andere, falls ich die Träger... Wo sind sie denn jetzt? Ach doch. Falls ich die Träger... Was der hinter mir nicht da rumläuft, mit G war das, ne? Na toll. Wow. Ach, das juckt die gar nicht, okay? Schlafen sie etwa. Ne, das juckt sie nicht. Aber ich muss sie auch hin. Ich muss sie irgendwie an den vorbeikommen. Ich weiß nur nicht, wie. Ach. Da muss ich die doch kaputt machen. Was sagt denn, meine Heilung? Ist doch voll. Die würde ich dann tatsächlich mit dem Schrotti machen. Hm? Okay. Was ist das? Gut. Ach toll, die hätte ich ja damit wegmachen können. Hier hatte ich nicht gesehen, wo ist der Flugzeug hin? Ich bin bei 86%, das heißt der andere ist auch hier irgendwo. Ich muss erst mal gucken, wo der langläuft. Ich denke mal, hier im Haus könnte das sein. Ich bin bei 8.000 Euro. Ich bin bei 8.000 Euro. Ich bin bei 8.000 Euro. Back to you in time. Ja. Sie haben ihn auch. Seine Guglöcher sehen. Mal sehen die letzte Bildung. Der Infiltrator. Er ist zurück. Baron war richtig. Kommandär! Geh mit mir. Sie sind tot. Alles war so, wie du sagst. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir müssen uns überprüfen. Wir treffen uns in den Docken. Wir kommen dort so schnell wie möglich. Ja gut, da bin ich ja direkt. Was? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, was ich gesagt habe. Jetzt nichts mehr. Oh. Irgendwann hat mich gerade gesehen. Ja filled mit. Und Dámen lass mich eher woher. Ich muss aufs Löcher in meinem Ort. Himmel anziehen, NGM. Nein, ich wollte mich heilen. Ach guck mal, ich kann die speichern, sehr schön und hier, sehr gut, kann ich direkt nochmal zwei machen, kann ich sonst da was machen, wie viele von denen habe ich noch, sechs stück, das reicht erstmal, das reicht auch, davon habe ich nur noch eine und davon zwei und dann habe ich wieder alles fertig, warte mal, kommt zur not, machen wir uns doch mal, nicht 27, aber zehn stück, es gibt auch xp und wir haben, toll, jetzt haben wir sogar eine Fertigkeit höher, das heißt hacken, hacken stufe 2 Super, aber da wir jetzt schon fast am Ziel sind, würde ich sagen, und wir haben schon 30 Minuten wieder, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ich bin ein paar mal draufgegangen, aber macht ja nichts, ne, auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, bis dahin, euer Wobra, tschüss! Und, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020